Ja, sehr glücklich. Haben wir schon gesagt, dass Winz dabei ist? Ich hab's gesagt! Schönen guten Tag, hallo, hallo! Hallo, meine lieben Puschels! Willkommen in Jules Küche! Ja, wir sind mal wieder hier, um für einen Dreh von Julien Bamberg zu helfen. Deswegen guckt auf jeden Fall nächsten Samstag das Video. Ja, deswegen schaffen wir es auch nicht, ein Face-Baiting-Video zu machen. Aber es macht nichts, denn das Face-Awards-Video kommt nächste Woche dafür online an einem Dienstag. Und es wird mega geil, also freu dich da schon mal drauf. Ja, das machen wir jetzt, um wenigstens irgendwie wöchentlich zweimal... Was noch? Um euch wenigstens irgendwas zu bieten, weil wir ja gesagt haben, komm, wir bringen zweimal die Woche Videos raus. Hat der Thomas sich jetzt irgendeine Kacke ausgedacht, die wir jetzt machen? Das ist kacke mir. Dann schreibt ihr das in die Kommentare, das ist bei Thomas schon. War nicht unsere. Das war alles Thomas. Der steht übrigens auch da in der Kamera. Sag mal hallo, Thomas. Hi. Thomas, was hast du dir denn ausgedacht? Wir machen die... Warte mal, ihr müsst das doch erklären. Du kannst auch ruhig hier reinkommen und einmal sagen, was dir dieses Ausgaben ist. Nein, okay. Okay. Wir spielen quasi einfach Wer bin ich mit Disney-Charakteren. Thomas hat sich Charaktere von uns ausgedacht. Wir machen das so. Wenn ihr nicht mitraten wollt, dann findet ihr die Lösung, wer wir sind, in der Videobeschreibung. Falls ihr mitraten wollt, wir blenden es nicht ein. So bleibt es spannend für euch. Ja, wer fängt an? Haben wir schon gesagt, dass Wind dabei ist? Ich hab nichts gesagt. Schönen guten Tag. Hallo. Wie kommst du denn hier hin? Ich hab keine Ahnung. Ich wurde einfach hier hingesetzt. Ich dachte so, okay, was machen wir? Plötzlich steht auch eine Kamera einfach und ich so, ja okay. Wir haben uns gedacht, der Vince macht einfach mit. Den kennt ihr wer bestimmt auch schon. Und wer ihn nicht kennt, hallo, abonnieren hier. Alles in der Infobox. Machen Werbung. Ganz ehrlich, ich wollte nur meine Nudelsuppe essen. Und plötzlich hab hier ein Set aufgefahren. Ist ja. Ist ja auch ein geiler Anfang gewesen für dieses Video mit der Abflug zur Box Nudeln. Und willkommen dazu. Hallo. Qualitätscontent. Das ist echt gut. So, wer fängt an? Carina. Also ich muss raten. Ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Und ich muss dich Sachen fragen. Und bei einem Nein, es Wind sagen. Ah, okay. Was mach ich dann? Muss ich sie? Nee, dann musst du dich raten. Ach so, okay. Ja, jeder ist her. Check. Jeder für sich. Okay, dann frage ich, bin ich ein männlicher Charakter? Nein. Langweilige Frage. Und direkt verkackt. So, ich muss das doch wissen. Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Aha. Okay. Da gibt es ja eine Million Katzen. Du bist ein Mensch. Du bist ja ein Mensch. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Wenn du das meinst. Bin ich von adlichem Geschlecht? Nein. Hä? Ich bin weiblich und bin ich vom adlichem Geschlecht? Nimm Charaktere. Ey, was soll das denn sein? Das kann nichts. Wie, warte mal. Wann habe ich denn gesagt, dass du weiblich bist? Du weiblich. Du hast gefragt, ob du weiblich bist. Aber jetzt hat er gespoilt. Jetzt weiß ich schon mal, dass ich kein Mensch bin. Hahaha. Okay, also bin ich denn ein Tier? Nein. Ich bin nicht menschlich, ich bin aber auch kein Tier. Nein. Was zur Hölle? Ich weiß, was du bist. Bestimmt. Ich weiß auch, was du bist. Locker. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich bin. Ja, schon wissen Sie gut. Hey, ich vermute mal. Ich habe doch Nein gekriegt. Du bist doch dran. Ach so, das ist mein Krieg. Habe ich blonde Haare? Nein. Oh, was? Hast du keine Haare? Ja. Obwohl ich könnte schwarze Haare haben. Okay, bin ich ein... Nee, warte mal. Warte mal. Warte mal, okay. Bin ich ein Spielzeug? Au. Aber was heißt auch? Darf er jetzt nochmal fragen? Ja, er darf nochmal und er ist auch ein Spielzeug. Aber auch. Boah. Boah. Tom. Du bist nicht hauptsächlich ein Spielzeug. Also die Figur eigentlich... Nein. Hä? Was soll das sein? Ich bin jetzt ganz krank. Nee, nee. Also alles zurück. Vince ist kein Spielzeug. Nein, du bist kein Spielzeug. Hm. Mach mich raus. Achso, ich bin ja auch zu denken gewesen. Ja, ich bin raus. Okay. Also ich fasse mal so. Ich bin kein Mensch, aber auch kein Tier. Stamm ich aus den Disney Classics? Nein. Aha. Aha, das ist doch schon mal... Was sind Disney Classics? Das sind ja die Hauptfilme. Die Hauptfilme von Disney. Ah, okay. Also diese Animationsfilme. Okay. Habe ich schwarze Habe? Ja. Ist ja... Carina hat's ja gleich schon, ey. Carina hat's gleich schon, ja. Wohne ich im Wald? Was? Pocahontas? Nee. Eigentlich nicht. Okay, bin ich... Okay. Das ist ein Schwester von Pocahontas. Ja, das ist ein Schwester von Pocahontas. Ja, das ist ein Schwester von Pocahontas. Okay, okay, okay. Also eigentlich nicht. Eigentlich, okay. Also bin ich bestimmt Pocahontas. Bin ich... Also ich bin ja dran. Okay, okay. Bin ich ein Tier? Nein. Hä? Weder männlich noch weib... Was? Ich bin... Kein Mensch, kein Tier. Kein Spielzeug? Und ich komme nicht aus den Disney Classics. Bin ich aus dem Pixar-Universum? Nein. Aha. Das bin ich. Bin ich pro Kommentas? Nein. Ha! Gut, dann... Okay. Bin ich aus Holz? Nein! Nicht Pixar, nicht Disney Classics. Bin ich aus einer Real-Verfilmung? Ja. Okay. Bro, das kann doch nicht sein. Ähm... Wie weit hast du gedacht so? Ja, gar nicht weit. Wahrscheinlich bist du der Stein links irgendwo. Ja, genau, ey. Vielleicht ist es auch super simpel. Wir haben 22 Uhr. Ich denke gar nicht mehr. Du hast bestimmt gar nicht so einer der Orbees. Bin ich aus dem Marvel-Kosmos? Ja. Aha. Okay, okay, okay. Das gehört ja auch in, oder? Okay, jetzt. Guck mal. Bin ich dein Hauptcharakter? Habe ich einen eigenen Film? Nein. Bin... Ich bin, ne? Ja. Bin ich Mulan? Nein. Lebt man im Wald? Ja. Aber er hat doch Nein gesagt. Lebt ihr im Wald? Nein. Hä? Ja, deswegen bin ich nicht... Also es war nicht so ein... Nein, nein. Sondern ein... Eigentlich nein. Eigentlich nein. Also bin ich doch vor Karotas. Nein. Nein. Weiter geht's. Mal zur Haare Prinzessin. Okay, warte. Also bin ich ein Superheld? Nein. Eigentlich... Ey, ich bin gar nichts. Hab kein Geschlecht. Bin ich mal ein Tier, Alter. Aber ich hab auch mal... Bin ich mal ein Superheld? Was bin ich da? Aber ich hab auch noch nicht so die Ultraahnung, was ich bin irgendwie. Ich bin... Also ich hab keinen eigenen Film, ich bin kein Hauptcharakter quasi. Ich bin kein Mensch, kein Tier. Bin aber aus Marvel. Ich kenn mich mega gut mit Marvel aus übrigens. Nicht. Nicht. Echt jetzt? Ich dachte, du bist schon... Ja doch, ich kenn mich schon... Ich hab viele Filme gesehen. Ja, du kennst die Figur. Die meisten... Ähm... Ich glaub ich weiß, was du bist. Oh, pass auf. Ähm... Stamm ich aus der ersten Phase des MCU? Nein. Ja, ich hab ne Ahnung, was ich sagen könnte. Dann ist jetzt... Bin ich das Mädchen, die später zum Prinzessin wird, für ein Christian Frosch? Nein. Aber die hat als Frosch im Wald gelebt, so halb... Und sie ist ne Prinzessin und hat schwarze Haare. Das macht schon Sinn. Also... Ne, sie heiratet ja. Würde Sinn machen, ja. War jetzt kein schlechter Gass. Das war ne gute Frage. Ja, krieg ich ein Fleischkätzchen. Ich würde sagen, ähm... Aus dem Star Wars-Universum? Ja. Uhhh... Wild Gass. Bin ich Gold? Farben? Nein. Ohhhh... Scheiße. Ich weiß, was du willst. Was? Ja, was müsste es sonst noch sein, Mann? Ja, ich probier's mal aus. Guck mal. Bin ich Rocket? Nein. Ah, fuck it, was? Hab ich auch gedacht. Nein. Hä, was ist Rocket? Rocket hätte doch Körbchen Größe A, oder? Stimmt. Du weißt nicht, ich habe Größe. Bin ich aus den Disney-Classic? Ja. Aha. Wer hat da schwarze Haare und ist so Prinzessin? Prinzessin? Ja, ich weiß noch. Christian Frosch, Mulan, Papa Hunter. Vielleicht aus den neuen Filmen. Ne, Classics ist das, ja. Ja. Bella Braunhaare. Ach nee, ich weiß mehr. Ich wüsste noch mehr. Aber richtig Classics. Alle sind komplett verwirrt. Bin ich ein Hauptcharakter? Ja. Okay. Dreht sich der ganze Film um mich? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Jetzt weiß du's. Alter! Das ist wirklich sehr einfach. Echt? Das ist wirklich sehr einfach eigentlich. Ich vermute mal. Ja, muss. Kann nichts anderes sein. Äh? Äh? Okay, ich frag ihn, was dumm ist, damit ich in Ruhe weiter überlegen kann. Äh, hab ich... Heiratete ich einen Prinzen später? Ich glaube schon, ja. Ich glaub schon. Das war haarscharf, aber er hat das schwer gesehen. Ich glaub schon. Ich war's länger her, da ich den gesehen hab, den Film. Oh ja! Länger her. Was dumm ist? Ich möchte auch noch fragen. Ja, was... Äh... Traurigem Kleid? Ja. Wow! Ganz, ganz, ganz toll. Investiger, die Fragen werden gestellt. Bin ich... Bin ich... Melodie aus dem zweiten Arriellteil? Nein, die ist halt gar nicht... Nein! Pfff! Ey, die hat schwarze Haare. Die ist die Tochter von Arriell. Ich kenn doch... Das ist viel zu kompensiert. Ja, ich... Okay, bin ich ein Roboter? Ja. Oh, fuck! Alles eigen. Ja, deswegen... Toll... Ist... Ist... Ist es ein sehr bekannter Roboter? Ja. Uh... Boah, Vince... Ey, das... Warte, 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 ja! Habe ich... Habe ich blaue Farb-Akzente? Ja. Dann mich erst mal D2! Ja, Mann! Wuuu! 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 Yes! Dürfen wir noch weiter raten? Ja. Ich bin dran, ne? Mhm. Pass auf. Bin ich... Aber ich würd sagen, dass Vince jetzt einfach bei Carina mitratet. Was? Haha! Das habe ich ja voll im Nachteil! Ja. Das ist doch voll einfach, er weiß das ja schon. Bin ich bei Guardians of the Galaxy? Bitte? Bin ich bei den Guardians of the Galaxy? Nein! Hä? Ich bin nicht Groot oder was? Nein! Mann! Mann! Okay, also ich bin weiblich, ich bin adelig, also irgendwie so eine Prinzessin. Ich bin nicht schwarzhaarig. Doch, ich bin schwarzhaarig. Schwarzhaarig, ja. Schwarzhaarig? Schwarzhaarig? Darf ich eine Frage für Sie stellen? Oder... Boah! 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 Boah, das kann ja nichts anderes mehr sein. Rosen hat doch weiße Haar! Die Classics! Ja, ist ja auch Classics, Frau! Ist das ein Classics? Ja! Das ist ja. Was?! Alte, ich will es vorher voll aufgenommen haben. Aber ich bin ne Hörger! Also ich hätte eine Frage. Was für ne Frage? Schwarz? Ne, ob dieser Classic vor 1990 war. Boah, ich weiß was! Bin ich ne Prinz, bin ich schnippetiert? Ja! 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 Ich dachte, ich war nicht frozen! Und Mulde die ganzen Tipps angelegt! Ja! Hat sie Schnee gezeigt? Und ich denke, Schnee ist doch frozen! Was bin ich denn bitte? Schneewittchen! Ich habe ein langer Haar gedacht! Sagen wir mal, ihr habt jetzt noch zu dritt drei Fragen im Team, um rauszufinden, wer er ist. Ihr seid jetzt das Team und ihr müsst erraten, zusammen wer ist. Also ich Thanos bin. Fass nochmal zusammen, was du jetzt alles hast. Du bist aus Marvel. Stellt mir Fragen. Du bist ein komischer Charakter. Ich bin kein Mensch, kein Tier. Bist du ein Alien? Ja. Ja, anscheinend. Bist du ein Roboter oder ein Alien? Hast du sowas schon gefragt? Dumme Fragen. Bin ich ein Alien? Ja, würde ich so sagen. Das wäre schlauer gewesen zu sagen. Bin ich Lila? Bin ich Thanos? Ja, Mann! Also ich Thanos bin! Du bist Thanos, Mann! Du bist Thanos! Der hat schon... Ja, okay, der hat schon ein Koppchen größtes D oder so. Siehste! Sag ich schon! So, wer stellt dir die dummen Fragen? Ja, ich! Wir haben nicht abgezogen. Oh Mann! Wir haben gewonnen! Ja, geil! Ja, mein lieben Puschels. Tom ist ein Loser. Das hätten wir uns festgestellt. So schnell geht das. Vince hat gewonnen. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Wir dich hier noch wach gehalten haben. Ja, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Auch ein großes Dankeschön an den Thomas natürlich. Wäre das fabelhaft. Ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Dienstag. Und schaut auf jeden Fall bei Ju vorbei, was wir hier fabrizieren die ganze Zeit. Über Vince. Ich wollte euch räumlich noch hinzahlen. Bei Vince sowieso. Den blenden wir auch die ganze Zeit so ein. Vince, Vince. Ja, sonst noch was? Tschüss. Kauft Merch, lasst ein Abo da. Und tschüss. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.